So, guten Morgen zusammen nochmal. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon, Crew-Paket ist schon da. Wir gehen auch direkt rein in den Shop und denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. Y&T-Unterschied-Family. Grüße gehen da raus an jeden Einzelnen, der das macht. So, was haben wir hier? Wir gehen direkt mal nach ganz oben. Zack, zack, zack. Einmal ist jetzt wieder neu drin, der Blüten-Skin, die Alien-Augen. Ach so sieht's. Ja, so sieht man so. Ist okay. Aber 500 V-Marks, naja. Dann ein Zone-Wars-Paket wieder drin. Nicht schlecht für zwei Skins. Also im Prinzip spart man schon eine Menge. Das sind eigentlich zwei 800er-Skins, ne? Mit zwei verschiedenen Stile, meine ich. Bam, bam, wieder zurück. Dann ist wieder zurück der Spear-Ranger. Dann das komplette Falken-Clan-Paket. Klar, 2800 V-Bucks, aber wir wissen alle, dass der Kleider hier Elite ist. So, des Weiteren drin ist die Waffenexpertin. Chiara ist wieder drin. Die Spektral-Spitzhacke, der Überzeuger. Lowrider Junior. Dann die wunderbaren P-Cax. Dann der Deckeltritt. Warum wird das denn heute dauernd falsch angezeigt? Technik. Aha. Wie gesagt, einmal funktioniert's. Einmal funktioniert's nicht. Wir probieren's nochmal. Und zack, Vor-4-Effekt. Hat genau funktioniert. So, des Weiteren natürlich Balenciaga-Paket immer noch drin. Komplett mit allen Skins. Dann Bruno Mars-Geschichte ebenfalls noch komplett drin. Chloe Kim-Paket noch drin. 4 Euro-Paket, rette die Welt. Denkt dran, das Paket hier kostet nur die Hälfte gerade. Dann haben wir noch das Minz-Legenden-Paket. Klar, Battle-Pass-Level auch kaufen. Ihr seht, hab ich's nicht gemacht, sonst wär's nicht mehr hier. Also, in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag. Viel Spaß noch beim Leveln. Aufgaben hab ich euch ja alle hochgeladen. Und in dem Sinne, haut rein!